So, hallo, ich möchte kurz ein kleines Ergänzungsvideo zu meinem Mikrofonständer, den Roftop Mikrofonständer für den Blue Snowball hier machen. Er hatte ich ja vor einiger Zeit vorgestellt, ist ein sehr günstiges Stativ bzw. Ständer, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Ich nehme jetzt hier so Podcasts, nehme ich hier auf und mache auch so Screencasts an diesem PC hier. Er hält in jeder Position sehr stabil, ist so frei schwenkbar und ist auch sehr gut hier hinten. Man sieht es da so befestigt. Die Frage, die sich nun gestellt hat bzw. von einem Kommentator hereinkam war, ja, kann ich das Ding auch so von oben herab so betreiben, also genauso 180 Grad gedreht und das schauen wir uns jetzt an. Also schrauben wir das Ding hier erstmal ab. Das ist ja jetzt hier die Halterung im Prinzip und so ist er handelmäßig hier befestigt und jetzt wollen wir die halt so rum, genau andersrum betreiben. Ich habe es jetzt hier mal montiert und im Prinzip müsste das Mikrofon jetzt genau hier so von unten hineinkommen. Die Frage ist dann, ob es jetzt hier hält. Man sieht jetzt hier schon, es hält schon so in dieser Position, aber das ist jetzt hier eigentlich nur recht locker drin. Da habe ich jetzt eben hier noch diesen kleinen Nupsi hier, den ich jetzt hier rein drehe, um das da entsprechend festzumachen. Ja und dann sieht man, es hält im Prinzip. Also ich kann das jetzt hier so drehen, hier noch ein bisschen fester hier oben drehen und hier sieht man jetzt, es senkt sich jetzt hier so ein bisschen. Das sollte jetzt nicht sein, aber auch das lässt sich lösen, indem man jetzt hier dieses Schraube hier fixiert. Gut, jetzt müssen wir das mal versuchen über die volle Länge hier. Das ist jetzt so ein bisschen der Test des Ganzen und da sieht man, es hält nicht so, also ich kann es jetzt hier nicht so komplett ausstrecken. Da geht das dann so zurück. Es hält jetzt hier in dieser Position. Also wenn ich jetzt so das irgendwie machen will, dann geht das jetzt schon. Also wem das jetzt ausreicht, um das so von oben herab zu betreiben. Für den wird das ausreichen. Ja, prinzipiell geht es, hat so seine Einschränkungen, würde ich das jetzt mal so tätulieren. Ja, das war es, was ich zeigen wollte. Ciao und auf Wiedersehen.